Mit leichten Defekten auch noch ins Ziel bringen kann man heuer viermal Fünzner in Grand Prix Rennen, macht acht Punkte für die Weltmeisterschaft. Und das Ziel von March ist in diesem Jahr, Capelli noch auf den sechsten Platz der Weltmeisterschaft vorzubringen. Und March selber möchte noch vierter Bewerb der Konto. Dürrwärts Angriff von Capelli auf Ayrton Senna und knapp verfehlt. Unterkünften. Senna wohnt bei, das ist Boxenstopp bei Lola. Hier wird im nächsten Jahr der berühmte Goldfinger-Gerati-Gerush tätig sein. Nächster Angriff von Capelli und er hat es geschafft. Capelli zweiter. Senna dritter. Und Berger immer noch vierter. Ivan Capelli, der Italiener, Sohn eines italienischen Kameramanns. Der ist zu Formulenz gekommen als 13-jähriger Fußball, als er seinen Vater nach Bonzo begleitet hat.